Hallo, da bin ich wieder, euer Oxi-Action. Heute trainieren wir Beine. Wir beginnen mit Kniebeuge. Wir stellen uns über eine Bank und gehen tief in die Knie, aber Bank nicht berühren. Oberkörper nach vorne nehmen und Bohnen hinten strecken. Und jetzt tiefe, kurze Bewegungen. Achtung, jetzt steigen wir über die Bank. Tief und rüber. Konzentriert euch, die Bank nicht zu berühren. Jetzt achtmal nur das rechte Bein. Noch viermal. Und jetzt das linke. Tief, rüber. Noch viermal. Sehr gut, geschafft. Jetzt wird es etwas schwerer. Haltet euch mit den Armen an der Bank fest und springt mit den Beinen hinten drüber. Noch vier, drei, zwei, eins, fertig. Jetzt steigen wir mit dem rechten Bein auf die Bank, gehen etwas nach oben. Dabei bleibt das Knie leicht gebeugt. Und das linke Bein strecken wir nach hinten. Das Körpergewicht balanciert auf dem Standbein. Jawohl. Und Bein wechseln. Jawohl. Jetzt das Ganze zehnmal mit links. Noch vier. Geschafft. Letzte Übung ist ein beiniger Kniebeuge. Die Ausgangsposition ist ein Ausfallschritt. Das hintere Bein ist erhört auf einer Bank. Arme sind nach vorne gestreckt und schön tief runter gehen. Das gibt einen knackigen Po. Und unten halten. Knie geht nicht über die Fußspitze. Und Bein wechseln. Jetzt das Ganze mit links. Gleichmäßig atmen. Gleichgewicht halten. Und unten halten. Sehr gut. Das war unser Beinprogramm. 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 Das war unser Beinprogramm.